So, hier haben wir die hübsche Alu. Die ist noch ziemlich unsicher hier draußen und weiß bei den Menschen auch noch nicht so ganz. Ist aber auch sehr freundlich und muss sich halt nur an neue Situationen langsam gewöhnen. So, hier haben wir die Hübsche. So, hier haben wir die Hübsche.